Man muss mutig sein. Manchmal gehen die richtig in die Hose, ist dann aber auch nicht so schlimm. Ihr müsst in der gleichen Hose nur noch eine Gute haben, die ihr aus der Tasche ziehen könnt. Jetzt geht's aber erstmal los. Wir wollen heute über verschiedenste Dinge reden. Unter anderem habe ich Melancholie reingeschrieben. Ich habe, als ich jetzt wieder Classic gespielt habe, habe ich erkannt, dass es schon so Momente gab in meinem Leben und dass ich mit WoW, glaube ich, mehr verbinde, als ich das so dachte. Wir reden jetzt gar nicht so viel über WoW, aber so ein bisschen wird das jetzt so darum gehen. Ich glaube, wir alle haben so, also ihr habt bestimmt alle so Filme oder Bücher oder irgendwelche Produkte, die ihr mit Erinnerungen verknüpft. So weiß ich nicht. Es gibt ja Leute, die sagen, für mich ist, ich habe einen Film, den ich immer zu Weihnachten gucke oder ich habe eine Freundin, die sagt Into the Wild. Das ist so ihr Film. Wenn sie den sieht, das rollt halt ihr Leben auf. Dann ist halt immer klar, krass, jetzt kommt Melancholie, weil sie damit so viel verbindet, irgendwie ihren Trip nach Australien oder keine Ahnung was. Und es gibt ja Leute, die das mit Büchern haben. Also ein Kumpel von mir sagt, das, was war denn das? Sophie's Welt, glaube ich, hat damals so ein bisschen sein Leben verändert. Ein anderer Freund sagt, die Gebrüder Löwenherz war für ihn so ein ganz wichtiges Buch. Und auch wenn das immer erst mal so ein bisschen lustig klingt, ich glaube, dass für mich WoW so ein bisschen sowas hat. Denn, und jetzt kommt das, worüber ich eigentlich reden will, ich glaube, wir alle haben melancholische Momente. Und ich glaube, das, was diese Momente ausmacht, ist, dass wir an Momente denken, in denen uns oft nicht bewusst ist, wie wichtig und wie vergänglich diese Momente sind. Denn, wenn ich so zurückblicke, dann saß ich so auf dem Dachboden bei meinem Kumpel und wir hatten irgendwie alle unseren PC mitgebracht und haben da vier Tage gesessen und zusammen WoW gespielt oder irgendwie Counter-Strike oder keine Ahnung. Und das fühlte sich in dem Moment alles überhaupt nicht so, fühlte sich überhaupt nicht so groß und so wichtig und so bedeutsam an, in dem Moment, weil uns einfach nicht klar war, dass das vorbeigehen wird. Also wir saßen so zusammen und haben einfach nicht erkannt, wie schön der Moment ist und wie sehr wir, glaube ich, so die nächsten Jahre daran festhalten werden. Also ich glaube, uns allen war schon klar, das wird nicht immer so bleiben. Das war so eine Zeit, ein halbes Jahr in unserem Leben, da gab es so, ja, es gab halt so Momente, in denen wir dann da saßen und dann haben wir DSA gespielt, also das schwarze Auge, Pen & Paper gespielt, dann sind wir wieder an Rechner, dann sind wir irgendwie in den Garten, dann sind wir zum Badesee gefahren und so und in sich wirkte das alles bedeutungslos. Wir alle hatten das Gefühl, das ist halt ein weiterer Sommer, das ist halt ein Sommer wie jeder andere Sommer, so. Und einem ist nie klar, dass irgendwann der letzte Sommer ist. Und ich erinnere mich noch, dass die letzte Runde Pen & Paper mit meinen Jugendkumpels war, da saßen wir irgendwie rum und haben spontan gesagt, lass uns doch nochmal spielen. Und dann haben irgendwie alle sich, ja, weiß ich nicht, haben sich alle ein Bier geschnappt und ich hab mich irgendwie so auf die Couch gesetzt und hab angefangen, Pen & Paper zu schreiben und dann haben wir nach irgendwie drei, vier Stunden haben wir dann gespielt und es war irgendwie eines der besten Abenteuer, die wir gespielt haben. Und wenn ich jetzt so zurückblicke, war das halt das letzte Abenteuer, das wir je gespielt haben mit den Leuten. Und in dieser Runde saßen vier, fünf Leute, die hab ich in den Jahren danach, weiß ich nicht, vielleicht noch so zehnmal gesehen. Schon krass. So. So. Und in WoW hab ich ganz viele Momente, die ich damit verknüpfe. Und ich bin tatsächlich heute Morgen dann, als mir dieser Gedanke kam, bin ich aufgestanden und hab mich eingeloggt und bin so in WoW rumgelaufen und hab mir so Punkte auf der Map gesucht, bei denen ich dachte, krass, als ich hier stand, ist Folgendes passiert. Und das sind manchmal so Momente, die wirken ganz lapal. Das ist manchmal so, hey, hier hab ich meinen ersten Charakter auf Level 60 gelevelt, und hier hab ich zum ersten Mal ein World Epic gedroppt bekommen und weiß ich nicht. Aber ich konnte mich zum Beispiel auch dran erinnern, wo ich in dem Spiel stand, als damals meine Freundin mit mir Schluss gemacht hat. Als ich irgendwie gezockt hab und dann kam so der Anruf und irgendwie, dann bin ich halt irgendwie kurz, bin ich ausgeloggt, hab mit ihr telefoniert und dann hat sie halt gesagt, du, für mich funktioniert das halt nicht mehr. So. Und daran konnte ich mich auch erinnern. So. Und ich kann mich dann auch daran erinnern, wie ich wieder eingeloggt bin und wie ich dann losgelaufen bin mit meinem Kumpel, der irgendwie, die Ixion, mit der, der damals ein Jäger per Anruf. Ja, meine Partnerin damals hat aber alle auch in Duisburg gewohnt und ich halt in der Heimat und so. Also. Ich glaube, sie wollte dem, dem Schüler, der ich damals war, der für jedes Zugticket zwei Wochen arbeiten musste, wollte sie ersparen, dass er herkommt, nur damit mit ihm Schluss gemacht wird. Und für mich war das auf jeden Fall halt so ein Moment, wo ich dachte, krass, so, wie viel ich irgendwie mit diesem Spiel auch verbinde. So. Und ich habe ja schon mal gesagt, sonst bin ich gar nicht so ein großer Fan von Melancholie. Marjana meint, ich glaube, es ist gar nicht so schlimm, mal melanchotisch zu sein, solange das kein Dauerzustand wird. Ich glaube, das ist eben auch so das, ich glaube, das ist das erste Mal gewesen jetzt, so, dass ich eine Herangehensweise an Melancholie für mich gefunden habe, die ich nicht doof fand. Ich habe das Problem mit Melancholie, dass ich sie so unproduktiv finde. Ich habe so das Gefühl, die bringt mir nichts. Ich sitze nach dem Melancholischsein nie da und denke, jetzt ist aber schön. Aber Glaube daran merkt man, dass es damals zwar geil war, aber was normal zu dem Punkt. Es ist mit der Zeit kommt der Gedanke beziehungsweise das Wertschätzen dieser Momente. Ich glaube, das macht Melancholie ja auch aus, so, dass man an Momente oft denkt, die sich in dem Moment gut anfühlen, aber nicht so wichtig. Und brachte sie dir diesmal was? Ich glaube, diesmal hat sie mir insofern was gebracht, als dass ich ein bisschen mehr verstehen konnte. Ich meine, wann war das? Vor drei, vier Wochen habe ich im Stream mal so ein bisschen Rant über Blizzard abgelassen. Und ich bin so wütend auf Blizzard, weil ich das Gefühl habe, dass was, was mir wichtig ist und mit dem ich wirklich viel verbinde, jemandem nicht mehr so wichtig ist, dem es mal wichtig war. Und das ist natürlich naiv und das ist albern und ich kann überhaupt nicht beurteilen, ob das so ist. Aber ich hatte einfach das Gefühl, das was, mit dem ich immer noch Emotionen verbinde, nicht so behandelt wird, wie ich das irgendwie für respektvoll halte. Und das Sätze wie, ihr wisst nicht, was ihr wollt oder ihr wollt das nicht, als dann Leute gefragt haben, wird es jemals Classic geben. Ja, hat die Erkenntnis Einsicht gebracht? Hm, ich weiß nicht genau, ob das eine Einsicht bringen kann. Ich glaube, die einzige Einsicht, die ich daraus gewonnen habe, ist, dass ein Teil von Melancholie ist auch immer akzeptieren, dass Dinge endlich sind. So, dass Dinge vorbeigehen und dass Dinge, weil sie vorbeigegangen sind, nicht weniger gut waren. Und das, ja, you think so? Ja, yeah, you think you do, but you don't. Stich ins Herz. Muss ich halt auch sagen, es tat damals weh, weil ich dachte, krass, dass sich ein Mensch auf die Bühne stellt. Also es geht gerade darum, für alle, die mit WoW nichts zu tun haben, es gab, wann war das? 2016, 2017 oder so, wurde auf der BlizzCon, der großen Messe von Blizzard, dem Publisher von World of Warcraft, wurde halt gefragt, wird es jemals Classic geben? und dann hat, ähm, eine ganz große Nummer bei, könnt ihr den Namen nochmal? Ist es Mike? Ne, wie heißt der denn noch? Ist ja auch egal. Hat, ähm, eine wichtige Person auf der Bühne, mit einem süffisanten Schmunzeln gesagt, you think you want it, but you don't. Also quasi, ihr denkt, ihr wollt es, aber tut ihr nicht. und das war so ins Gesicht gebrüllt, wir, ihr seid uns egal und wir verstehen gar nicht, was wir hier eigentlich haben. So, weil einfach über die Jahre, aber so ist es halt. Naja, Melancholie muss nicht negativ sein. Nö, aber Melancholie ist im Kern ja auch immer eine Form von Traurigkeit. Ich glaube, das ist ein Teil deutscher Kultur, wir haben für uns akzeptiert, dass Traurigkeit nicht, was nicht immer was Schlimmes ist. Dinge wie Wehmut oder Fernweh sind so Dinge, bei denen wir akzeptieren, dass die einen gewissen Anteil von Schmerz haben oder einen gewissen Anteil von negativen Gefühlen, aber im Kern dadurch was Positives sein können. So. Ich glaube, das ist schon, wir leben in einem Kulturraum, der das ziemlich weitgehend akzeptiert hat. J. Allen Brack, persönlich, genau, der heutige CEO der Firma. Danke, Kurti. Aber dann haben sie es doch trotzdem gemacht. Ja, und gelauncht wie das Allerletzte, die Server liefen nicht, weil man einfach rumgeknausert hat und so. Also, der Relaunch von WoW Classic hat nicht ausgestrahlt. Wir bringen hier, also, der hat nicht, ich sag's mal wie es ist, wenn ihr euer Fotoalbum noch mal rausholt oder irgendwas, sagen wir mal, ihr habt irgendwas erreicht in eurer Jugend. Ihr habt einen Fußballpokal oder ihr habt so eine alte Collage mit irgendwie Fotos von euren Freunden. Ihr habt eure alte, was weiß ich, eure alte Reiteruniform, keine Ahnung, dann geht ihr auf den, geht ihr auf den Speicher. So, ne? Kraxelt da hoch, nehmt Licht mit, geht dann an die Truhe und überlegt mal, wie ihr das anfassen würdet. Wie ihr damit umgehen würdet und wie ihr das jemandem zeigen würdet, wenn euch das wichtig ist. Wie ihr eure wichtigen und wertvollen Erinnerungen Menschen präsentiert. Ihr setzt euch nicht hin und während die gerade da sitzen und sich eine Schüte Chips reinknuspern, werft ihr denen das so auf den Tisch, während die mit ihren fettigen Fingern sich das so beäugeln und sagt, hier, das hab ich mal gemacht, kannst ja mal angucken. Das ist ein Schatz. Und so geht man mit Schätzen nicht um. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Teil von Melancholie. Melancholie erhebt Dinge, die mal gar nicht so wertvoll waren, zu was ganz Wertvollem. Und das ist die Erkenntnis, die ich gewonnen habe. Dass Melancholie Dinge, die ganz wenig Bedeutung hatten oder sich in dem Moment nicht bedeutungsvoll anfühlten, zu was sehr Bedeutvollem macht. Und der Schmerz kommt daher, dass man was verloren hat, von dem man gar nicht wusste, dass man es hat, als man es hatte. Versteht man, was ich sagen möchte? Also so wie Nostalgie. Ich glaube, Nostalgie setzt nicht so sehr voraus, dass man nicht wusste, wie gut man es damals hatte. Melancholie ist immer so, ja, ich habe weniger materielle Dinge im melancholischen Kontext, sondern eher Situationen mit Menschen. Das war jetzt auch so gemeint. Also dieses Materielle war für mich jetzt nur ein Beispiel, um zu verdeutlichen, wie ich zum Beispiel, warum ich sowas wie Schmerz empfunden habe, als mit WoW Classic so umgegangen wurde. Weil ich das Gefühl hatte, jemand geht auf meinen Speicher, holt was, das mir wirklich viel bedeutet, knallt das auf den Tisch, wischt das mit einem dreckigen Lappen ab und sagt, ja, du kannst gerne noch mal reingucken, wenn du willst. Ich bin auch noch mal auf dem Speicher und guck mal, ob ich da oben irgendwas finde, was ich auf den Flohmarkt bringen kann. Und so, so fühlt sich Blizzard an. Und während ich unten saß und naiv in meinem leicht verschmuddelten, halb angefeuchteten Fotoalbum geblättert habe, hat Blizzard oben auf dem Speicher Warcraft 3 ausgegraben und ohne, dass ich es gemerkt habe, unterm Arm rausgeschmuggelt, um es unter die Leute zu bringen. Und darum bin ich dann so wütend. So, das hat mich aber jedenfalls, um mal daran zurückzukommen. Denn das Schöne, was ich damit verknüpfe, sind eben solche Momente. Warcraft 3 Reforged hat mich einfach getötet. Alter, es hat alle, jeden getötet, vor allem Warcraft. Jedenfalls ist das glaube ich so ein Appell, wenn ihr sowas habt, wenn ihr ein Buch habt, wenn ihr einen Film habt oder so, ist es glaube ich schön, sich da einfach nochmal ranzusetzen und anstatt nur die Melancholie zu empfinden, darüber nachzudenken, woher kommt die? An welchen spezifischen Moment denke ich? Was verbinde ich damit? Warum geht mein Herzchen auf, wenn ich mir nochmal Sailor Moon angucke? Warum feiern Leute aktuell Pokémon-Karten? So oder so. Das ist eben, es geht eben ganz stark um Melancholie, weil es mit Momenten verknüpft ist. Und ich glaube, das hat meinen Blick so ein bisschen geändert auf Melancholie. Eine Emotion, die ich vorher immer sehr, sehr negativ sah, so ein bisschen positiver jetzt. Ich hatte tatsächlich erst überlegt, wie es heute mein Metapher hält. Du, ich sag's mal, wie es ist, bin immer euer Metapher-Held. Metaphern, das gut, wichtig ist bei Metaphern, man muss mutig sein. Manchmal gehen die richtig in die Hose, ist dann aber auch nicht so schlimm. Ihr müsst in der gleichen Hose nur noch eine gute haben, die ihr aus der Tasche ziehen könnt. Ich hatte tatsächlich erst überlegt, ob ich heute im Stream nicht mal mit euch durch WoW latsche und euch so ein paar Orte zeige, an denen so Dinge passiert sind, die für mich irgendwie relevant waren. Dann ist mir aber klar geworden, dass, glaube ich, viele dieser Momente für mich einfach auch nur wirklich relevant waren, dass die sich, glaube ich, nicht so groß anfühlen. Ich weiß auch nicht, ob das eine gute... Scheiße, meine Sahne ist leer. Kacke. Das wäre cool, voll gerne. Na gut, können wir machen. Ich mache aber erst eben eine Umfrage, weil das ist natürlich nicht immer für alle interessant, außerdem habe ich es jetzt nicht vorbereitet. Ich müsste mich dann in meinen Classic-Account wahrscheinlich einloggen und willkürlich... Welchen Char nehmen wir denn? Mein Dudu wahrscheinlich, ne? Irgendeinen meiner Chars, die ich seit Monaten nicht gespielt habe und mit denen da hinlaufen. Machen wir aber erst eine Umfrage. Machen wir das jetzt direkt oder machen wir das später? Ich mache mal eben eine Umfrage. Machen wir das jetzt direkt oder später? Plus können wir jetzt sofort machen. Minus machen wir später. Während ich versuche verzweifelt noch so viel Sahne hier rauszukriegen, dass das ein halbwegs brauchbarer Tee wird. Das kannst du nicht trinken. Ich bin mal eine Sekunde weg und gucke mal, ob ich noch Sahne oder Milch habe. Also so kann ich nicht leben. So, ich habe noch Milch gefunden, aber wie sich das scheinbar als echter... Ah, okay, ich sehe die Umfrage. Ne, das ist mir nicht eindeutig genug, dann machen wir das später, okay? Weil so knapp, das ist blöd, wenn so viele Leute da gerade gar keine Lust drauf haben. Machen wir später. Wieso Recount? Was ist das so? Wegen Wahlen. Machen wir später. Wir können... Gegen Ende des Streams gehen wir einmal in WoW und laufen mal ein bisschen rum. Oh Mann, ich habe so richtig Junggesellen-Feeling gerade, weil ich gerade echt... Ich weiß nicht, ob die noch gut ist, die Milch. Sieht noch gut aus. Ist doch auch nicht genug. Scheiße. Oh, bitte, mach das dir nicht schlecht, ist die Milch. Doch, geht. Schütt nicht direkt rein, sondern probier erst. Durch das, wie es ist, den Tee hätte ich sonst auch nicht getrunken, wenn das jetzt nicht funktioniert hätte. Also, das wäre sonst eh ein verlorenes Projekt gewesen. in deinem Tee ist doch nur noch 5% Tee. So ein Quatsch. Ich habe doch überhaupt keine Ahnung. Ihr habt doch überhaupt keine Ahnung. Seien wir doch einfach mal ehrlich. Ihr habt doch alle überhaupt keine Ahnung von Tee. Ich bin mit Tee aufgewachsen. In meinen Wehen ist 5% Tee. So viel Tee habe ich in meinem Leben getrunken. Das ist wie, wenn ich euch erzähle, wie viel Milch ihr in euren Kaffee nehmen könnt. Genau genommen würde ich sagen keine, aber ich trinke Kaffee und dann, also, ich sage es euch jetzt mal, wie es ist. Wenn ihr sagt, oh, ich liebe Kaffee so sehr, dann, und ihr trinkt euren Kaffee mit irgendeiner Form von Milch, seid ihr mit diesen Typen in einem Lager. Den Typen, über den ihr gerade Witze gemacht habt, weil er, dir, jemand, der sowas trinkt, der trinkt auch gerne Kaffee mit Milch. Setzt euch ruhig neben mich. Kommt auf die unangenehme Seite für Leute, die eigentlich keinen Kaffee mögen, aber den einfach mit schön Creme saufen. Ich würde mich auch zu dir setzen. Kaffee schmeckt ja auch ohne Milch überhaupt nicht, als ob du dem Magensäure den Rachen runterschüttest. Aber, wie gesagt, ich bin halt mit Tee aufgewachsen. Kaffee ist einfach, ich kann, guten Kaffee kann ich appreciaten, mir ist bewusst, was Tee, also was Kaffee gut macht, vermeintlich, aber ist einfach nicht mein Lieblingsprodukt. Nutella mit oder ohne Butter. Ich mag nicht so mega gerne Nutella, muss ich gestehen. Also ich finde die okay. Die haut mich an einfach nicht vom Hocker.